Hallo Freunde, ich habe heute für Daphne, die wie ein Marienkäfer aussieht, ein tolles Spiel vorbereitet. Schaut mal, ich habe hier eins, zwei, drei Boxen. In jeder Box sind Dinge, die Daphne suchen muss. Und die Dinge gehören zu einem dieser Spielzeuge. Mal sehen, ob Daphne herausfinden kann, zu welchen. Sehr gut Daphne, diese Schachtel gehört hier hin. Hm, ich frage mich, zu welchem Spielzeug dieses Teil gehört. Ja genau, das gehört zu dem Play-Doh-Spielzeug. Damit kann man Käse machen. Sehr gut Daphne. Das gelbe Teil ist der Ladekasten des Kid-Planters. Furgichts! quemossa hat sie eighth degree? frequently im waffle oder dele. Furgens. Oh, hua. Huhe. Huuu! Stich! Na, das ging aber schnell. Ich glaube, dieses Spiel ist für Defne zu einfach gewesen. Tschüss!